Moin, wir sind zurück mit einer neuen Folge Duke Nukem. Wir sind auf der dunklen Seite des Mondes angekommen. Und ich weiss hier ganz offiziell wirklich nicht mehr. Und ich habe noch 9 Hälfte. Shit. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Ein bisschen Pett. Ich glaube, die kann nicht hier eigentlich super. Das ist für 7, 8. Was ist denn da raus? Nein. Aber so was ich weiss, gibt es noch ein Level, das rausgeht? Wo ist das Geheimnis? Ich finde es nicht. Nein. Ich habe mich wieder voll verwischt. Hallo? Komm es. Hier haben wir noch. Ich bin sicher. Ist es safe? Ich kenne sie doch, sie warten dann immer irgendwo anzustellen. Ja logisch, gehören sie doch. Ich gehe hier hoch. Mein Jetpack. Ich bin ja nur noch 27%. Wir sparen noch ein wenig. Aber ich bin ja auch vorn. Okay. Oh fuck. Hier komme ich auch nicht rein. Die gelbe Karte. Und hier ist auch noch eine blaue Karte verboten. Gehen wir da gar nicht rein? Gehen wir das mal einfach. Ah, das erinnert mich auch irgendwie an einen Lift holen. Das kennen wir irgendwie. Geht das nur auf? Ah, bist du nicht dort? Ja, jetzt. Gehen wir mal von zwei aus. Ja, das ist einfach so. Das ist einfach so. Ja. Ich verliere es gerade. Oh Gott. Ich versuche es einmal so. Es wird nicht gedockt bleiben, wenn ich gedockt bin. Damn, I'm good. Ich habe sicher schon wieder das eine oder andere Secret verpasst. Die nervige Hohle Facehugger. Was ist das? Ist meine Schrot voll? Nein. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Ankle. Ich weiß nicht, dass ich den Mann da nicht kille, aber ich weiß nicht, dass ich den Mann da nicht kille. Boah! Kannst du mal Gegner absuchen? Dann brauche ich auch nie den Holodug. Das ist sicher kein Miss, aber gut. Ja. Okay, das ist mir ein Bild. Okay. Das ist mir ein Bild. Die Qual der Wahl. Jetzt erst mal hier schauen, das sieht noch secret aus. Was ist hier? Was ist hier? Hier rein gehen. Hierher. Boah, das ist ein Bild. Ich fahre mit dem Elstar. Okay. Ich hoffe, es ist hier noch einer. Dang, du hast noch nicht gelookt. Nein. Hier. Was weiß ich nicht? Was muss denn dieses Kämles sein? Fummi da herrde, das ist endlich nach Kaim-Nessus. Was für eine Kluacke bin ich jetzt wieder geraten. Das ist sicher etwas. Es scheint nicht so zu sein. Warum ich hier wieder rauskomme? Was fühlt mich? Ist irgendwo eine Öffnung? Ich komme hier drauf. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Es ist schön, weil ich hier rauskomme. Ich bin ein wenig schwerer. Ich bin ein wenig schwerer. Ich bin ein wenig schwerer. Hätte ich da das Schwein, hätte ich da mit Säu experimentiert, die sind ja auch nicht so. Okay. Irgendwo ist es sicher auch noch bis dann. Nein. Das ist ein Secret Room irgendwo. Da wo ich nicht reinkomme. Doch. Oh, wo ist es? Das ist schon so, was er gelohnt. Das ist schon so, was er gelohnt. Aber er hat doch noch gar keine Karte gefunden. Ist es sicher hier unten irgendwo? Ich habe die Karte noch gar nicht. Oder habe ich es nicht mitbekommen? Ich habe das Gefühl, ich stehe unten irgendwo versteckt. Oh, stopp. Oh, stopp. Ich gehe mal schauen, ich weiss nicht, ob ich es gefunden habe. Ich muss es nicht geschnallt haben. Merken wir jetzt da gerade. Jetzt muss ich halt noch mal rein. Shit, aber da ist eine lange Fahrt. Wo ist es? Egal. Wir schauen mal. Es kann sein, dass ich es aufgenommen habe. Ich habe es vergessen. Irgendwo muss ich schauen, ob irgendwo... Ja, schau hier. Eine Bruchstelle. Erländische Hörer Facehacker. Das war glaube ich das Geheimnis, oder? Das ist gelb. Wir haben keine Karte gefunden. Ich habe es auch. Okay. Okay. Wir haben hier die Atoren. Wir schauen mal, ob es rissen hat. Wir schauen mal, ob es rissen hat. Der ist wirklich fies versteckt in die Geheimnisse. dass du das Zug fast nicht findest. Fies ist, dass ich die durchsichtigen Fenster... Wir sind oben, oder? Das ist noch am gleichen Ort. Hier unten wäre noch Muni. Das Ding ist, wie kommst du da rauf, wenn du runter gehst? Hier ist noch... Du wirst rot. Über die Kiste, vielleicht... Ah, das ist auf der anderen Seite. Wie kommst du da wieder rauf? Ich will nicht hier runter. Wahrscheinlich muss ich hier alles wieder zurück. Wo ist das jetzt? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hier versteckt er sich... Da kann ich es nicht mal aufnehmen, Muni. Komm, geh zum. Ich sehe... Die schmeckt... Jetzt müssen wir hier rein... Was ist das denn? Ich weiß nicht, was für eine Waffe ist, die da oben ist. Ich gehe mal davon aus, das ist die Schrumpfkanone. Ich gehe mal davon aus, das ist die Schrumpf, das ist die Schrumpf, das ist die Schrumpf. Ahhhh! Die hat ja erst mal weggezogen. Das war zu dumm. Die beste Waffe im Spiel. Die flüge in diese Luft ist immer das stückig. Jetzt bin ich immer in diese Luft in die Geschichte. Das stückig ist alles in dem Kunststoff. Ich gehe mal da in die Luft in die Frucht. Das war ja. Ich habe meine Fässer. Komische Nachtsicht ist das. Aber es hört auch mal die Gegner raus. Ah, nicht. Sonst kann man nicht. Ich habe keine Stiefel mehr. Das ist mein Problem. Ja, nicht die kaputt machen. Oh, gut, muss sie ja aus. Scheisse. Ich verliere Gesundheit. Nein. Oh. 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 Das war's für heute. 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 Das geht nicht bei ihm. Schön. Das kann man nicht schrumpfen. Das ist wahrscheinlich unten ein Tor aufgegangen. Das war's für heute. Ich könnte ihn dann runterlassen. Das war's für heute. 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 Das ist doch hier. Das war's für heute. Wir können ja knicken hier irgendwo. Was ist das gleich? Das ist ja der kaputt macht. Was ist denn das? Was ist denn das? Wir hatten nichts zu sagen, Mann. Jetzt kommen wir ja mal auf. Waffe? Was ist das für eine Waffe? I need it bad. Den habe ich auch nicht gefunden. Bist du wohl hier, oder? Was ist denn das für eine Waffe? Was ist denn das für eine Waffe? Wir haben es für eine Waffe. 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 Wae? Wir haben es für eine Waffe. 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 Wir haben es für einen Waffe. Das kann dir deine... ...melodie Ja, am besten mal Sie warten dort, wo ich ankomme. Ich könnte eigentlich mit dem Lift eine Rohrbombe schicken und dann zünden, wenn sie hier ankommt, oder? Ich teste das mal. Ja. So war er. So war er. Ich hoffe, ob das geht. Nein, das geht nicht. Ich werde sie mehr töten. Sie bewegen sich aber jetzt nicht. Ich werde sie mehr töten, aber warum? Ich hoffe, ob es nichts mehr rissen hat. Oder ein Geheimnis. Für keine Türen mehr würde ich alles gesperrt haben. Du siehst eine sehr schlechte Risse an diesem Moment. Die ist auch voll. Wenn wir diese noch ein wenig brauchen, kann ich auf dem Rückweg laufen. Ich bin ein wenig im Sammeln für... ...Postgegner. Und schon irgendwie der nächsten 2-3 Level kommt wieder ein ganzer grosser. Ich bin ein wenig. ... ... Und nicht? Wo ist es? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe die Bomben geschlossen. HALO TO THE KING, BABY! Wer HALO TO THE KING? HALO TO THE KING? Ist Ruhe? Auch hier unten treffen wir sicher. Ja, bleibt mir nichts übrig. Da muss ich rein. Da ist er irgendwo sicher. Das sieht ein bisschen nach Kampfarenen aus. Das ist die Waffe. Das sind so andere Gegner auch noch. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Wo ist sie? Zwei, sogar eine. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Von hier sind wir gekommen. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Aber da hinten ist... die Waffe. Da kommen wahrscheinlich raus. Oder... kann ich hier rauf und dann hier wieder runter? Aber was ist das hier? Schauen wir nicht hinauf? Ok, gehen wir später hier. Es ist wahrscheinlich irgendeine Explosion oder so auslesen. Jetzt sind wir da nicht auf die Eichel. Was hat das gebracht? Nichts. Doch, der ist weg. Was holst du? Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Der hat schon schlecht angefangen. Ich komme leider nicht hinauf. Was sprengen wir selber? Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das Waffenrad ist sehr langsam. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Puh. Kackwurstdämonen überall. Also, das ist ein Schicksal. Du bist nicht auf Himmel. Du bist nicht auf Himmel. Ich sehe dich in hell. Oh, das ist das? Bullshit! Oh, das ist so gross! Ich bin so gross! Ich bin so gross! Oh, das ist der Fall. Ich bin so gross! Komm, geht da. I need a bag. Was ist das denn? Ist doch das steil davon. Von dem Film und Schatz. Oder selbst. Und dann abholt den Film und Schatz! Das ist das Ding. Das ist er. Das ist ja. Das ist ein Ding. Das ist das Ding. Das ist mein Ding. Das ist das Ding. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Die Grosse Imperator, die anderen sind schon aus. Ich verliere das Zeug. Ich habe dich auch nicht kaputt gemacht. Du spawst nicht wie Sau. Die Menschen haben die dritte Fehl-Anzeigungen. Aber das, was wir nicht wollen, irgendwie reinnehmen. Das Kapitel war das letzte. Ich muss es damals sagen. Ich sage die Räume. Wegen, die Räume kam. Wir müssen alle rastischen Werte bergen. Sai, ich warte, die raste. Wimbleiben hat das? Was heißt die Räume? Wir werden die Räume umgelegen.